Was ist da eigentlich der Unterschied zwischen Cloud-Hosting und On-Premise-Hosting? Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem neuen Software-Tool für dein Unternehmen und dir genau diese Frage stellst, hast du hier in diesem Video genau die Antwort darauf. Und wir bieten dir auch noch ein paar Vor- und Nachteile bei der Lösung. Für wen ist die Frage, Cloud oder On-Premise relevant? Moderne Teams arbeiten heutzutage mit einer Vielzahl an verschiedenen Tools. Und wenn immer eine neue Software implementiert werden soll, muss man sich die Frage stellen, wo diese gehostet werden soll. Früher war nämlich das On-Premise- oder In-House-Hosting sehr weit verbreitet, aber heutzutage shiftet immer mehr alles in die Cloud. Der größte Unterschied zwischen In-House- und Cloud-Hosting Der größte Unterschied bei den Lösungen ist einfach der Ort, von welchem aus die Lösung für den Nutzer bereitgestellt wird. Bei einer Cloud-Lösung liegt die Software nämlich auf den Servern des Anbieters. Daher auch eben der Name Software-as-a-Service oder Platform-as-a-Service. Zugreifen kannst du darauf nur über deinen Webbrowser. Und auf der anderen Seite haben wir das On-Premise-Hosting. Das bedeutet, die Software ist auf den Servern bei dir im Unternehmen gehostet. Das heißt aber auch, dass sich die IT um die Implementierung der Software und die Bereitstellung der Server kümmern muss. Warum ist die Entscheidung so wichtig? Die Entscheidung zwischen Cloud- und In-House-Hosting hat einige wichtige Auswirkungen auf dein Unternehmen. Vor allem auf Kosten, die Implementierungsgeschwindigkeit von Software, ihre Skalierbarkeit und die Möglichkeit, deine Tools anzupassen. Schauen wir uns das mal im Detail an. Kosten und Skalierbarkeit. Da wäre zum einen natürlich die Kostenseite. Viele SaaS-Lösungen funktionieren nach dem Lizenzierungsmodell. Das bedeutet, du zahlst jeden Monat eine Lizenzierungsgebühr, damit eine bestimmte Anzahl von Nutzern diese Software nutzen können. Das hat einfach den Vorteil, dass du direkt starten kannst und du kannst die Lizenzgebühren flexibel anpassen, wenn Nutzer dazukommen sollten oder weniger werden sollten. Und auch ungeplante Kosten gibt es nicht, denn Backups, Wartungen und Updates werden durch die monatlichen Kosten bereits gedeckt. Und wie ist das jetzt beim In-House-Hosting? Nun, damit du die Software auf den Servern installieren kannst, musst du dich natürlich erst einmal um die Hardware als auch um die Software kümmern. Neben den Anschaffungskosten für das In-House-Hosting gibt es auch natürlich noch die weiteren laufenden Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung der Server. Geht nämlich was kaputt oder braucht man mehr Speicherplatz oder es kommen weitere Nutzer dazu, muss man sich um die Erweiterung kümmern und das ist mit weiteren Kosten verbunden. Implementierung. Eine SaaS-Lösung ist schon fertig eingerichtet und sofort startklar. Dagegen nimmt die Implementierung eigener Server etwas mehr Zeit in Anspruch. Flexibilität. Und was ist nun eigentlich mit Anpassungen? Heutzutage, wie wir wissen, ist alles schnelllebig. Das heißt, über die Zeit muss sich nicht nur dein Unternehmen, sondern auch das Team weiteren Herausforderungen schnell anpassen können. Mit einer Cloud-Lösung habt ihr genau dafür auch die nötige Flexibilität. Außerdem sorgt der Softwareanbieter immer dafür, dass in puncto Technologie und Sicherheit immer alles auf dem aktuellsten Stand bleibt. Ihr braucht euch also darum, gar nicht zu kümmern. Bei einer On-Premise-Lösung sind natürlich auch Updates und Anpassungen möglich, aber dein Team muss sich darum selbst kümmern und das kann einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Kontrolle und Sicherheit. Und falls du dich jetzt eigentlich fragst, ob es auch Gründe gibt für das In-House-Hosting und... Ja, die gibt es. Denn mit eigenen Servern hast du jederzeit die volle Kontrolle über deine Hardware und die Software, als auch die Daten, die damit verarbeitet werden. Das kann gerade für Unternehmen von Vorteil sein, die mit besonders sensiblen Daten umgehen müssen. Das heißt jetzt aber nicht, dass Daten in der Cloud ungeschützt sind. Denn Unternehmen wie Pix.io können sich zertifizieren lassen, Serverstandorte in Deutschland nutzen und Verschlüsselungstechnologien verwenden, um die Daten in ihrer Software gegen unerwünschte Zugriffe zu schützen. In-House oder Cloud? Welche Lösung ist besser für mein Unternehmen? Welches Hosting ist denn jetzt das Beste für dein Unternehmen? Wie bei so vielen anderen Dingen auch, kommt es ganz darauf an, welche genauen Bedürfnisse du und dein Team haben. Wenn ihr Flexibilität, Skalierbarkeit und transparente Kosten sucht und euch nicht um Wartung und Hosting kümmern wollt, ist die Cloud natürlich die bessere Wahl für euch. Wenn es euch wichtig ist, die Kontrolle selbst über Hardware, Software und Security zu haben, dann ist die On-Premise-Lösung die bessere Wahl für euch. Wichtig hierbei zu wissen ist auch, dass viele Anbieter nach und nach ihre Software in die Cloud umziehen. Das heißt, es kann passieren, dass möglicherweise einige Tools auf den eigenen Servern gar nicht wirklich erst funktionieren werden. Das heißt, langfristig gesehen ist die Cloud die bessere Lösung und das Nonplusultra. Tipps für deinen Start in der Cloud. Falls du gerade dabei bist, ein Unternehmen zu gründen und auf der Suche bist nach gewissen Cloud-Lösungen und damit bisher noch keine Erfahrungen gemacht hast, habe ich hier nochmal ein paar wichtige Tipps für dich mitgebracht. Erstens, investiere ausreichend Zeit in die Recherche und den Vergleich verschiedener Tools. Schreib dir also genau auf, was deine Anforderungen sind und welche Aufgaben dir die Tools abnehmen sollen. Ein Beispiel, wenn du auf der Suche bist nach einem Digital Asset Management wie Pix.io, mit dem du Bilder und Dateien flexibel organisieren kannst, dann solltest du dir darüber Gedanken machen, wie viele Nutzer dieses Tool verwenden sollen. Zweitens, vergleiche verschiedene Anbieter und achte darauf, ob all deine Fragen von Anfang an beantwortet werden und ob du dich auch auf deren Webseite wohlfühlst. Ganz wichtig ist auch, einen genauen Blick in die Angaben zum Datenschutz zu werfen, denn Serverstandorte in Deutschland und eine ISO-Zertifizierung sind sehr, sehr gute Anhaltspunkte dafür, dass sich das Unternehmen auch um die Sicherheit deiner Daten kümmert. Und drittens, stelle eine Tool-Top-3-Liste auf und teste die Tools dann nacheinander. Denn ob du im Alltag mit einem Tool gut arbeiten kannst, merkst du erst wirklich, wenn du es im Alltag ausführlich getestet hast. Erstens, Anforderungen formulieren und Zeit für die Recherche einplanen. Anbieter vergleichen und auf Punkte wie Datensicherheit achten. Testen, testen, testen. Und natürlich auch hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bei Pixi.io bekommst du Integration in deine Tool-Landschaft, höchste Datenschutz-Standards und natürlich eine kostenlose Testphase. So, jetzt weißt du, was der Unterschied zwischen On-Premise und Cloud-Hosting ist. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann nutze dafür gerne die Kommentarfunktion. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Hinterlass uns einen Daumen nach oben. Abonniere unseren Kanal für weitere Videos rund um das Thema Digital Asset Management, Marketing und Tools. und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.